Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Liga 2 Inside, dem Kanal für die zweite Bundesliga. Wir machen einen kleinen Spieltag-Recap und wir werden diesmal alle Spiele mit drin haben. Ich habe es im letzten Video schon mal so in den Kommentaren anklingen lassen. Ich werde diesmal alle Spiele machen. Ich habe mir für alle Spiele wirklich viel mehr angeschaut, dass ich mir eine Meinung bilden kann. Wenn ihr eine andere Meinung habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich sage mal so, ich habe ein richtig heftiges Ding für euch vorbereitet. 150 Likes, schaffen wir das? Wenn ja, wäre es mega geil. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Wir fangen Freitag an, gehen dann bis Sonntag und dann würde ich sagen, let's go. Freitagabend Magdeburg gegen Paderborn. Ja, ich weiß, es heißt Magdeburg. Ich sage es manchmal bloß noch falsch. Es tut mir sehr, sehr leid. Magdeburg gegen Paderborn 1-1. Intensiv ist 0-0 nach 30 Minuten. Erste Annäherung durch Jason Chekart. Erste große Chance gehabt. Dann macht Grimaldi das Tor für Paderborn. Sein erstes Zweitliga-Tor, glaube ich, seit 2015 oder sowas. Paderborn ist gut im Spiel, muss man sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe Magdeburg da als Clan-Favoriten eigentlich gesehen, aber Paderborn war richtig gut drin. Schula hat ein Riesending zum 1-1-Ausgleich, macht das Ganze nicht. Und Paderborn kommt immer wieder durch Fehler von Magdeburg, durch individuelle Fehler von Magdeburg, zu großen Chancen. Und ich muss sagen, das muss Magdeburg in Zukunft wirklich abstellen, wenn sie mit dem Abstieg in Zukunft nichts zu tun haben wollen. Werden sie nicht, denke ich nicht. Aber das ist trotzdem eine sehr, sehr hohe Fehlerquote, was sie da in der Defensive haben, was so halt nicht passieren darf. Dann gab es noch eine kuriose Szene. Gelb für einmal den Anzeiger, bei der Auswechslung den Tafelheber oder sowas. Ich habe das gar nicht verstanden. Lassen Sie mal in den Kommentaren wissen, was da los war. Und dann kommt der Geniestreich von Baris Atik. Kastanius zum 1-1-85. Kastanius hat noch eine Riesenschuss zum 2-1 und macht sie da nicht. Kurzes Fazit. SCP ist, denke ich mal, unzufrieden mit dem 1-1-1, weil sie frühzeitig den Sack nicht zumachen. Und Magdeburg ist, denke ich, auch unzufrieden, weil sie in späten Nachspielzeit das Tor nicht mehr machen. Deshalb vielleicht ein leistungsgerechtes Unentschieden. Lasst mich in den Kommentaren wissen. Auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel gewesen. Und yay, wir kommen zum HSV. Und ich habe es in letzter Woche noch gesagt. Gegen Elversberg, da kann man verlieren. Man kann auch gegen Osnabrück verlieren. Aber nicht so. Nicht so. Wirklich. Ich werde langsam mal richtig sauer. Schonlau fehlt und Muhem hat gefehlt. Schonlau gefühlt der wichtigste Spieler die letzten 38 Jahre beim HSV. X-Goals sagt alles. 3,76 für Osnabrück und 0,85 für HSV. Osnabrück hat das Spiel mehr als verdient gewonnen. Aber sowas von verdient gewonnen. Osnabrück kommt besser rein. HSV ist Vogelbild. Wirklich, HSV war Vogelbild. Also 5 Minuten ist die erste große Chance für Osnabrück. Da macht Glatzl das 1-0. Keiner weiß, warum der HSV überhaupt führt. Benesch jetzt mit 8 Scorer-Punkten. Ist schon heftig. Finde ich richtig gut. Bringt halt aber nichts. Dann könnte man meinen, dass der HSV durch das frühe Tor, dass Osnabrück da vielleicht ein bisschen verunsichert ist oder so. Nö. Absolut gar nicht. Absolut gar nicht. Es ist unfassbar. Ich sag mal so. Vier Minuten später macht Erik Engelhardt das 1-1. Und der 39. macht die AKT. Also das ist die Szene. Ihr müsst euch mal angucken. Meffert schafft es nicht den Ball festzumachen. Auf einmal steht er da frei vor Heuer-Fernandes. Heuer-Fernandes ist der Einzige mit Normalform. Ohne Heuer-Fernandes gehst du dann mit 4-5-1 vom Platz. So kannst du es nicht geben. So kannst du kein Spiel verlieren. Du kannst Spiele gegen Osnabrück und gegen Elversberg verlieren. Ist ganz klar. Gar kein Thema. Aber so gar nicht. Vor allem dann wechselt Walter. Noch Walter versucht alles. Versucht offensiv zu wechseln. Du denkst dir, es kommt eine Schlussphase vom HSV. Wieder Fehlanzeige. Osnabrück druckt und druckt und druckt. Cuisance noch mit einer Riesenchance. Doppelwechsel bringen nix. Hat sich Gardunisch hat noch in der 83. Eine leichte Annäherung. Offensiv viel, viel, viel zu wenig. Defensiv viel zu peinlich. Viel zu schwach. Es tut mir wirklich leid. Aber so wird es gar nichts. Also und es ist also wirklich so täglich oder jährlich grüßt das Murmeltier beim HSV. Muss man einfach so sagen. Ich habe mir die ersten Spiele wieder gedacht. Ich habe lange nichts zum HSV gesagt, weil ich genau wusste, es könnte sowas passieren. Natürlich hofft man es nicht. Aber hey, täglich klopft das Murmeltier. Habt ihr es gehört. Und es ist Vogelwild. Es ist einfach Vogelwild. Es tut mir mega leid. HSV spielt jetzt gegen Düsseldorf. Ich hoffe einfach, dass HSV jetzt gegen Düsseldorf so macht, wie sie es immer machen. Gegen die Mannschaften, die oben dabei sind, vielleicht ein bisschen besser spielen als gegen die Mannschaften, die vermeintlich kleiner sind. Keine Ahnung, an was es da liegt. Es ist ein mentales Problem, Mannschaftsproblem, vielleicht doch ein Mentalitätsproblem. Ich habe keine Ahnung, was beim HSV abgeht. Wirklich, es ist einfach Vogelwild. Es ist so beschämend. Es ist so, ich finde es so bodenlos. Es ist sowas so eine bodenlose Leistung. Wirklich von allen, außer von Heuer-Fernandes. Und ich kann keinen da aus der Pflicht nehmen, der mir gar nicht gefallen hat. Ja, Glatze mit einem Tor hat mich extrem viel gefreut, weil er auch immer viel arbeitet. Aber es bringt am Ende nichts. Du verlierst jetzt beide Spiele gegen zwei Aufsteiger. Und was haust du dir deinen kompletten Saisonstart? Muss man einfach so ganz knallhart sagen. Du haust dir alles in die Tonne, was du dir die Spiele vorher aufgebaut hast. Das Selbstvertrauen. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht, wirklich. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn es jetzt noch ein, zwei, drei Spiele so weitergeht, dass einfach Walter bald Geschichte ist. Man hat sich das lang genug angeschaut. Ich bin Walter Sympathisant. Ich möchte, dass man mit ihm weitermacht. Ich möchte Konstanz auf der Position haben, aber nicht zu jedem Preis. Und das ist wirklich, wo ich sage, keine Ahnung, was da abgeht. Aber ich sage es euch ehrlich, ich habe mich geschämt, wo ich das gesehen habe. Mehr kann mich dazu nichts sagen. Tut mir echt leid. Ich als Fan schäme mich da, wirklich. So weit ist es schon gekommen. Und es tut mir auch leid für alle Fans, die da so Rabatz gemacht haben in Osnabrück. Wieder so voller Auswärtsblock. Und die bekommen so eine Leistung. Das ist so eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Wie gesagt, ihr könnt die Spiele verlieren. Das ist gar kein Thema. Aber doch nicht so. Weniger gelaufen als Osnabrück. Wie kann sowas denn passieren? Die kämpfen, die beißen. Ich habe es vor dem Spiel gesagt. Bremer Brücke ist eklig, ist scheiße. Aber so? Nee, sorry. Da muss mehr kommen. Unfassbar schlecht. Fürth KSC 4 zu 3. Wahnsinnspiel. 120 Jahre Fürth. Nochmal da alles Gute nachträglich. Nach 5 Minuten geht Fürth in Führung. Da macht Bormuth ein Traumtor. Muss man wirklich so sagen. Könnt ihr euch sehr gerne mal reinziehen. Und ich fand, Fürth war relativ stark. Ich war vom KSC ein bisschen enttäuscht. Die Genster dann wieder in Führung. Warnicek macht das 2-2. Starkes Tor. Muss man wirklich sagen. Für einen neutralen Fan war das ein richtig geiles Spiel. Und Werbung für die zweite Liga. Wie so viele Spiele. Stündl macht das 3-2. Erstes Tor für den KSC, seitdem er wieder da ist. Und in der 45. Minute fällt es 3-3. Nach 45 Minuten steht es 3-3. Unfassbares Spiel. Und dann denkt man, in der 55. Minute bekommt Green völlig zu Recht die gelbrote Karte. Und man denkt, das Ding ist durch. Nee. Juckt sie einfach 0. Sie machen in Unterzahl. Michalski macht das 4-3. Ecke. Kopfballtor. Ja. Es ist für KSC ein, zwei Chancen. 40 Minuten Überzahl. Einfach zu wenig. Zu schwach. Um da oben wieder anzugreifen. Fürth. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und KSC. Das war leider steigerungsfähig. Braunschweig gegen den Klub. Da hat Braunschweig auch ein Jubiläum. 100 Jahre. Da gibt es jetzt das Stadion von den Braunschweigern. Auch alles Gute zum Jubiläum. Und es gibt einen Mann, der da besonders feiern will. Das Anthony Uccia macht 29 Minuten das 1-0. Anthony Uccia richtig stark. Richtig, richtig, richtig stark. Eine ausgeglichene Anfangsphase, wie ich fand. Wie gesagt, nach 30 Minuten macht er einen Traumkopfball in meinen Augen. Schwächste Sturm der Liga. Uccia hat Tore gemacht ohne Ende bis jetzt. Macht auch das später noch ein Tor, aber dazu gleich mehr. Acht Minuten später macht Okonuki das 1-1 nach einem individuellen Fehler von. Ich meine, dass es Krause war, der den Fehlpass da gespielt hat. Doppelschlag in 123 Sekunden macht Goller das 2-1 für den Klub. Braunschweig zeigt eine gute Reaktion. Uccia aka die Lebensversicherung macht es 2-2. Ist ein siebter Doppelpack damit in der Liga 2. Kania hat später noch Pech mit einem Pfostentreffer. Uccia noch eine hundertprozentige Chance, wo Horn ihn noch stört. Und das ist extrem wichtig. Sonst geht Braunschweig da zu 100% mit Sieger. Als Sieger vom Platz. Martenia, Elfer-Chance oder beziehungsweise Elfer-Diskussion. Ich denke, dass er klar den Ball spielt. Er erwischt Uccia schon heftig. Was denkt ihr? Bin mir da ein bisschen unschlüssig. Aber am Ende des Spiels gehen halt beide da jetzt im 2-2 raus. Es ist nichts Halbes, nichts Ganzes für beide. Beide Braunschweig unten drin. Der Klub ist jetzt nicht da auch, wo er vielleicht stehen will oder wo er sich selber sieht. Schwierig, wie es jetzt weitergeht für beide. Bin echt gespannt, wie beide jetzt mit dem Punkt leben können und wie es weitergehen wird. Wir sind beim Aufsteiger-Duell Wien-Wiesbaden gegen die SV Elversberg. Beide im Mittelfeld. Und Elversberg bekommt durch einen Elfmeter, das ist ein ganz böses Foul, wie ich finde. Und völlig zu Recht gehen sie 1-0 in Führung. Dann hat Elversberg noch ein paar gute Chancen, muss man wirklich sagen. Wiesbaden wechselt früh dreifach, ist unzufrieden. Und es gibt bis jetzt 18 Spiele. 13 Mal hat Wiesbaden da als Sieger runtergegangen. Das ist halt dann heute diesmal nicht so der Fall gewesen. Wien-Wiesbaden kommt besser rein. Aber Fakir hat die Rieschen-Chance dann eher zum 2-0. Die großen Chancen waren schon eher auf der Elversberg-Seite, muss man schon sagen. Auch wenn Wien-Wiesbaden immer besser in die Partie gekommen ist, wie ich finde. Trotzdem hat der Elversberg die größeren Chancen. Und Fakir macht dann in der 77. das Tor zum 2-0. Die Entscheidung. Und Wiesbaden ist jetzt 4 Spiele ohne Sieg. Nach einem guten Start eigentlich 4 Spiele ohne Sieg. Und Elversberg ist genau das Gegenseitige Pendant. 3 Siege in Folge. Und steht da jetzt somit in der Tabelle relativ gut da. Und ist, denke ich, sehr zufrieden mit dem Saisonstart. Schalke gegen St. Pauli. Flutlichtspiel, ich habe das komplett 90 Minuten live angeschaut. Schalke ist bodenlos. Es tut mir wirklich leid. Ich bin Schalke-Sympathisant. Ich will, dass die wieder aufsteigen. Ich will, dass die oben mitspielen. Aber so wird es halt gar nichts. Also muss man halt wirklich sagen, nach 30 Minuten kann es halt 3-0 stehen. Timo Baumgartl ist ein Interview, muss man halt auch dazu sagen. Ist schon teamkritisch gegen Reis. Da stellt sich dann die Frage, inwieweit hat Reis noch die Rückendeckung der Mannschaft. Lass mich da mal in die Kommentare denken. Ist Reis noch der Richtige? Ich bin mittlerweile der Meinung, dass die Mannschaft gerade nach... Ich war immer für Reis. Ich war immer pro Reis. Aber jetzt nach dem Interview von so einem gestandenen Spieler wie Baumgartl, muss man sich wirklich fragen. Hat Reis noch Zugriff auf die Mannschaft? Ich weiß es wirklich nicht. Weil das ist die Leistung, die... St. Pauli geht 1-0 in Führung. Schalke macht das 1-1 aus dem Nichts. Die wissen selber nicht, wie sie das 1-1 machen. Und dann klar, St. Pauli drückt, drückt, drückt. Marcel Hartl im 57. Minute, Traumtor und Bukalfa in der 90. dann noch. Wo eh eigentlich schon alles rum war. War dann eher mehr oder weniger ein Eigentor, wie ich fand ihn noch. Weiß nicht, warum Bukalfa. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich denke eher, das war ein Eigentor, oder? Unglücklich natürlich. Aber... Ja, was soll ich sagen, Freunde? So, Schalke. Ich bin echt gespannt. Also, Thomas... Ich bin konsterniert gewesen nach dem Spiel. Muss ich wirklich sagen. Also, ich war... Schalke und HSV. Die größten Enttäuschungen, die größten Blamagen. Nicht aufgrund von Niederlagen, sondern aufgrund von Leistungenblamagen, die es so gab. Gamerbrother wieder einen geilen Vlog gemacht. Kann man sich echt immer geben. Der war genauso enttäuscht. Vor der Pause 12 zu 2 Torschüsse. Also, das ist für St. Pauli. Ist halt ganz krass. Also, ich habe das Gefühl, dass wirklich Reiß Probleme kriegt, die Mannschaft überhaupt noch zu erreichen. Ich sage es euch, wie es ist. Also, nach dem... Vor allem das Interview macht mich halt so stutzig. Lasst mich mal in die Kommentare denken. Ist Reiß noch der Richtige? Ja oder nein? Mal schauen, wie es weitergeht. Hannover gegen Düsseldorf. Da haben viele, ich sage mal, die von Fußball nicht so viel Ahnung haben, vor dem Spiel gesagt, da wird Hannover abgeschlachtet werden, dass Düsseldorf um einige Stärke ist. Das habe ich nicht so gesehen. Also, ich habe vielleicht auch auf einen knappen Fortunensieg spekuliert. Ja, aber ich habe Hannover sowas von hoch im Regal bei mir stehen. Nein, dass es mir klar war, dass es kein hohes Ergebnis werden kann. Cedric Teuchert bringt die Hannoveraner sogar in Führung. Da zeigt es auch, dass Cedric Teuchert auch Tore schießen kann. Nicht nur vom Punkt, muss man einfach mal so sagen. Was kann man noch sagen? Düsseldorf ist klar der Favorit vor dem Spiel. Aber ich finde, Hannover macht eines der besten Auswärtsspiele seit langem. Ich habe die Konferenz angeschaut. Also, ich habe nicht alles gesehen. Aber das, was ich gesehen habe, ich habe mir ein bisschen Real Life auch angeschaut, das, was ich gesehen habe, als wenn Bern starkes Auswärtsspiel. Also, Hannover muss man wirklich auf dem Zettel haben. Die Frage ist jetzt, je länger das Spiel geht, desto besser kommt Düsseldorf rein. Also, Zolis, der Elfmeter. Zolis oder Zolis, je nachdem. Manche sagen so, manche sagen so. Der Elfmeter, da lässt sich drüber streiten, ob der war jetzt da unbedingt eingreifen muss, in meinen Augen. Zolis, Zolis. Zolis fädelt schon ein, wird aber trotzdem berührt. Also, der Schiri pfeift es, glaube ich, im ersten Moment nicht. So viel ich mitbekommen habe, dann greift er wahr ein. Ob es jetzt eine hundertprozentige Fehlentscheidung ist, würde ich jetzt so nicht unbedingt unterschreiben. Aber trotzdem, glaube ich, geht das 1-1 am Schluss in Ordnung. Leistungsgerecht, weil Düsseldorf dann schon zum Schluss immer stärker wurde. Und Hannover schon ein bisschen eingeschnitten hat. Nichtsdestotrotz hat Hannover das kompakt. Und, wie ich finde, taktisch überragend gemacht. Und das zeigt mir auch einfach, wie gesagt, dass Hannover da oben mit angreifen wird. Und ich habe sie nicht umsonst ganz weit oben mit dabei. Jetzt kommen wir zu einem ganz wilden Ding. Und zwar zu Holstein-Kiel gegen Hertha. Und das Spiel lässt sich relativ einfach, wie ich finde, beurteilen. Hertha spielt eine bärenstarke erste Halbzeit. Fürth macht den, ah, Fürth. Holstein-Kiel macht in drei Minuten zwei Tore. Spielen eine bärenstarke zweite Halbzeit. Gehen auf das 3-2. Und Hertha kann sich nicht beschweren, wenn sie das 3-2 bekommen. Dann haben wir in der 90. Minute, beziehungsweise kurz vor der 90. Minute, haben wir zwei Elfmeter. Der erste Elfmeter wird verschossen. Der zweite Elfmeter wird gemacht. Für mich sind beides Elfmeter. Der zweite noch mehr als der erste. Aber für mich sind beides Elfmeter. Das Problem, was ich habe, die Hertha-Spieler machen mir ein bisschen zu viel daraus. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Es ist schon ein Foul, aber die schmeißen sich sehr theatralisch hin. Also, ja, vielleicht muss man es auch so machen, dass man den Elfer bekommt. Ist nicht so im Sinne meines Fußballverstands, wie ich es gern haben wollen würde. Aber nichtsdestotrotz, ich habe beide Wiederholungen des Öfteren gesehen. Für mich sind beides Elfmeter. Und daher geht dann Hertha auch mit verdient 3-2 als Sieger vom Platz. Die Hertha kommt, wie ich es gesagt habe. Die Hertha muss sich einspielen, die Hertha kommt. Und langsam, wenn sie ihre Führungen mal ein bisschen besser runterspielen und nicht nach einem 2-1 direkt immer gleich wieder eine Kiste bekommen, dann wird Hertha auch oben angreifen. Und es wird, denke ich, eine Frage der Zeit sein, dass Hertha den HSV überholen wird. Meine Meinung. Ja, und noch ein ganz wildes Spiel hatten wir, und zwar Kaiserslautern gegen Rostock. Kaiserslautern gewinnt 3-1. Rostock muss dieses Spiel nicht verlieren. Dann ist jetzt, glaube ich, die dritte Niederlage in Folge für Rostock. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Rostock muss das Spiel aber nicht verlieren. Tobias Raschl macht nach der dritten Minute das 1-0. Kevin Kraus in der 17. und das 2-0. Und da denkt man, okay, das Ding ist durch. Dann macht aber Hansa Rostock durch Brumado, durch den Neuzugang, das erste Tor von ihm. Für die Rostocker machen den 2-1-Anschlusstreffer. Und dann kommt Rostock richtig, richtig gut. Rostock hat einige Großchancen im Minutentakt. Aber auch Lautern auch. Also Perea auf Rostocker Seite und Tachi auf Lauter der Seite gibt es wie drüben Chancen. Ich fand persönlich jetzt, dass die Rostocker nach dem 2-1-Anschlusstreffer näher beim 2-2 waren, als die Kaiserslautern beim 3-1. Nichtsdestotrotz macht Ragnar Ache dann das 3-1. Die sind halt eiskalt auch. Man muss sagen, Lautern ist eiskalt. Und ich glaube, ich bin von 100 Leuten der einzigste vor der Saison gewesen. Schaut mal auf meine Prediction, wo ich Lautern getippt habe. Ziemlich weit oben. Und da wurde ich auch schon belächelt. Und nee, Lautern spielt nicht so weit oben. Oh doch, tun sie. Und ja. Freut mich, wenn man einfach da mal zeigt, warum ich so einen YouTube-Kanal habe. Ich habe einfach Ahnung. Na, Spaß, Leute. Aber ich freue mich einfach für Kaiserslautern. Und für Rostock. Ihr berappelt euch schon wieder, Rostocker. Okay? Ihr macht es schon wieder. Es war jetzt nicht so. Ihr habt nichts schlecht gespielt. Ihr braucht euch nicht schämen. Wenn sonst irgendwas, wie ich als HSV-Fan. Ihr habt ein gutes Spiel gemacht. Hättet einen Punkt eventuell sogar verdient gehabt mit den großen Chancen. Und ja. Kaiserslautern ist halt eiskalt und bestraft. Das ist halt wirklich übel dann. Und ja. So geht es. Anser Rostock als Niederlage. Als Verlierer vom Platz. Was sagt uns das für die Tabelle? Düsseldorf auf Platz 1. Pauli auf 2. Wir haben jetzt Platz 1 14 Punkte. Platz 7 12 Punkte. Das heißt, von Platz 1 bis Platz 7 sind es 2 Punkte. Das zeigt mir eine Liga in Europa, wo das genauso ist. Ich kenne keine. Spannendste Liga Europas. 2. Bundesliga. Hertha Bistin mit 9 Punkten. Jetzt auch in der ersten oberen Tabellenhälfte das erste Mal. Wenn wir nach unten schauen. Schalke. 7 Punkte. 7 Spiele. Braunschweig und Osnabrück grüßt noch immer mit der roten Laterne. Bin gespannt auf den nächsten Spieltag, Freunde. Ich bin jetzt dann erstmal im Urlaub. Ich weiß nicht. Bis Freitag bin ich im Urlaub. Mal gucken, wie das mit den Videos wird. Vielleicht kommt noch was. Vielleicht kommt nichts mehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal.